Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Sky-Solated mit dem Kinsey, das bin ich, ich flieg mal für euch ein bisschen hoch und dem Nutucker aufs Boot, der irgendwo, warte ich guck mal, ich guck mal, ob ich ihn sehen kann. Nein, verschwind die Busse, ich seh ihn, doch, da unten läuft er in McDonalds rein. Siehst du mich, ich seh dich nicht. Ich bin auch oben auf dem Magiaturm. Neue Enderpearls. Hast du dir eigentlich auch schon gescannt? Ich glaube ja, ja, mein ich schon, aber ich will auch gar nicht mehr scannen, ich glaub ich hab jetzt 5 Folgen gescannt. Ich mein, das ist ja auch zeitaufwendig, aber ich bin ein Scanner, ja. Also ich hab jetzt die, was ist das? Ach, Perdizio. Okay, ich kann Ordo, Perdizio, Terra... Gesundheit. Kann ich alles aus Möhren im Deconstruction Table bekommen. Das ist gut. Ach, Buckets hab ich schon. Okay. Aber ich möchte jetzt nicht hier die ganze Zeit stehen bleiben, deswegen werde ich, nachdem ich ganz viel Obsidian gemacht hab, weil der Notoka braucht für sein Ritual Obsidian ganz viel. Ja. Ah, ja, ja. Aber ich wollte ja auch noch das System hier anschließen. Das hab ich ja auch noch nicht gemacht. Und Stonebraurig. Oh, das hab ich voll vergessen. Ich wollte auch noch ein Access Terminal bauen. Gut, heute nicht mehr. Ich mach Obsidian. die Obsidian. Die Obsidian. Die Obsidian. Die Obsidian. Oder besser gesagt, ich automatisiere die Obsidian Produktion. Damit werde ich, glaub ich, heute beschäftigt sein. Hausidian. Gut, ein Ignisius Extruder brauch ich. Obwohl, das geht eigentlich schnell, ne? Ups. Hab ich Eier? Igni? Ig... Nee. Ein Machine Frame. Ein Piston. Gut, Machine Frame. Ging so... Iron? Nee, Steel? Quatsch. Iron rät auch. Geht sogar Aluminium, oder? Ja, ich glaub schon. Zeug dir aber grad gar nicht mehr. Man kann mehrere Sachen davon machen. Gut, Gold, Glas und Iron. Iron. Block of Iron. Reicht einer. Locker. Dann... Warum hab ich eigentlich Kaschblock an? Was heißt du? Gold. Ich hab Kasch... Kaschblock an. Was? Achso. Ihr habt dich jetzt nicht verstanden, ne? Kasch... Kaschblock. Eich kalt nix verrafft. Kaschblock und ich brauch vier Glash. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauch Samen. Ich brauch wieder mehr Hühner. Schau, schau, schau. Geile Hühner, geile Hühner. Oh, ich möchte ja erstmal... Ah, das kann ich aber noch machen. Oh. Oh, geht's noch? Was? Auf mich schießen. Ach, das ist die... Das ist ja eine Frechheit. Wer andert auf dich geballert hat. Ein Skelett oder was? Ein Skelett. Oh. Das ist eine Frechheit. Voll ein... Voll ein... Die erlauben sich immer was, ne? Voll ein... Die nehmen sich voll viel raus, ey. Ah, schade, kein Piston da. Hehe. Er hat Piston gesagt. Scheiben hoch nicht. Wir brauchen ja Redstone dafür. Einen Redstone brauch ich. Oh, ne. Lass mit dem. Redstone benutzt keinen. Ganz ehrlich. Nur einen? Es ist... Ne. Wir brauchen noch drei Stück, um diesen... Diesen... Diesen da hinten... Du weißt, was ich mein? Ne. Den Drill... Mit besserer Energie zu versorgen. Mit 10.000er Redflux Leitung. Und danach haben wir eine sichere Redstone Quelle. Okay. Das ist wichtiger. Dann müssen wir halt mit dem Ritual da leider noch... Also zumindest bis es fertig wird, warten. Ist da irgendwas nachgekommen? Nö, ne? Kohle. Ja, toll. Kommen, Kohle... Weißt du was, dann geh ich jetzt in den Nether. Und dann? Dann suche ich nach Redstone. Hm. Wirst du nicht finden. Meinst du? War doch schon zweimal gucken. Oder sogar öfter. Du kannst es gerne probieren. Aber nimm dir eine Spitzhacke mit, die es auch abbauen kann, ne? Hast du eine Minulium-Spitzhacke? Ach so. Ne, hab ich nicht. Was hast du denn du für eine? Hm. Ich habe eine Stahl-Pick-Axt. Mining-Level-Diamond. Hm. Könnt sein, dass dir aber auch geht. Kann ich mir sonst lieber deine leihen, oder? Du gehst im Nether drauf. Ja, das kann sein. Ich versuch's mit der Stahl-Pick-Axt. Und mach deine wichtigen Sachen in dein Back. Ja. Gute Idee. Mein Schwert lasse ich aber draußen. Dafür ist er ja da. So. Ja, also Machine-Frame brauche ich nächstes Mal. Quest-Book ist nicht wichtig. Essen brauche ich immer. Ich hab grad... Das Huhn schmeißt mit Eiern nach mir. Ein Taumonomikon. Oh, gut. Das Huhn schmeißt mit Eiern? Was? Ja. Okay. Ist ja ne Frechheit. Das ist mein Eselingswort heute. Das ist ne Frechheit. Oh man. Wo ist der? Oh. Das Tote Huhn schmeißt nicht mehr. Also ne Nether ist jetzt kurz offen. Ne. Bin ja drin. Ein Esel. Hallo. Musst aufpassen. Hier ist ja auch noch der Spinnen-Boss, ne? Äh, ja gut. Die spawnen und spawnen ja wie denen gefällt. Äh, also ich grab mich jetzt mal in eine Richtung. Du kräbst dich durch. Okay. War ganz vorsichtig. Ja, ich weiß. Du denkst dran. Ich weiß. Diese Hellfischs können aus jedem Nether-Rack, das du abhaust, spawnen. Also, Obacht. Ja gut, okay. Unter den Umständen mach ich mir lieber noch ne ordentliche Rüstung. Zumindest Eisen-Rüstung. Ah, ich kann aber kein... Wenn ich das Backpack trage, kann ich kein... Mäh. Ach, kein Mäh? Keine Rüstung tragen. Ähm, du ich mach mir mal Diamant-Hose, Schuhe und Kopf. Naja, mach du, mach du. Mach du, mach du, sieh zu, sieh zu. Mhm. Ich bin gespannt, ob du da roten Stein findest. 15 Diamanten? Wo sind die ganzen... Ach, die sind im Barrel noch, glaub ich. Ja, im Barrel sind auch echt viele, glaub ich, oder? 24. Ah. Okay. Na gut, wir sind ja auch fast nur Dust am 7, weil wir Redstone brauchen. So sieht's aus. Gucken kann ich ne Hose... Öh. Leggings. Mmh, Diamond Leggings. Jo, legg mir, Oarsch. Kopf, was brauch ich denn noch? Scheiße. Na, ihr macht jetzt mal ein Hühnchen und du bist alleine, du kannst nicht beobachten. Kein Glück. Hol dir einen runter. Oh. Das arme Ding. Chicken Masturbation. Ich hab trotzdem nur 5, äh, 6 Schilder. Schilde. Gut, ich hab mit Stahlrüstung hab ich auch nur 5,5. Na, ist nicht viel mehr, das stimmt. So, jetzt nochmal Jetpack laden. Im Jetpack laden? Im Jetpack laden? Im Jetpack laden kann man Jetpack laden. Oh, das wär voll praktisch ein besseres Jetpack zu haben, ne? Ja, es ist halt doch recht, äh... Ressourcen intensiv, sag ich mal. Hm. Ich werd jetzt erstmal Energie sparen. Und zu Fuß gehen. Hörl. Ins Wasser gefallen. Na, ich brauch hier nochmal den Builders Wand. Hm. Bereite dann das Ritual schon mal in Rohversion vor. Wie sieht's hier mit Redstone aus? Immer noch keins. Sag mal, geht's noch? Ja. Kommt kein Redstone mehr. Na gut. Obsidian muss dann kurz warten. Redstone ist grad wichtiger, ne? Hm, ja, 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 ja. Da ist nochmal ein bisschen klasse. Und ich hab eh grad Lust. In Leather. Ja. Hast du Bock? Ja, voll Bock, Alter. Wenigstens nochmal ein Stack. Äh, das ist hier. Das ist mal gut. Fangen wir das mal hier ein bisschen auf. Ne, nicht da. Ne, sondern da. Vielleicht kommt ja mal roter Stein raus. Vielleicht. Naja, den Builders Wand wollte ich noch holen. So, Builders Wand. Scheiß nicht Kinsey und hol den mit ins Nether. Mhm. Großer Baum. Nicht wahr? Ja, ja. Immer, immer mobbt er mich. Das liegt nur an der Mob Farm. Ja. Oh man ey, durch den Nether Buddeln. Also so hoch ist die Chance jetzt aber nicht, dass hier Viecher spawnen. Ich hab äh, Nether Gold Ore 2 gefunden. Ja. Warte. Ich kann's abbauen. Dann kann ich doch bestimmt auch. Ja, dann müsste eigentlich Redstone auch gehen. Ja, steht ja auch currently Harvested dran. Harvestable. Harvestable. Pfff. Englisch ist nicht mein Ding, ne. Ich hätte bestimmt so einen derbe deutschen Akzent, ey. You mean? Ruteal Ore. Genau. Ich weiß, das war ein... Harvest Level Menilium. 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 Gesundheit. Und was ist das? Noch mehr Ruteal Ore. Oh. Was auch immer das ist und wozu es gut ist. Wozu es gut ist. Ja, davon hat ja unser Lasergedöns auch schon was. Ja. Aber keine Nether Version, ne normale Version. So. Hm. Ich glaub beides. Oh. Okay. Ich muss nicht ganz täuschen. Das musst du dann halt nur einen Pulverizer machen. Der kann ja alles. Schätzelein. Sulfur. Ah. Für Sulfuroor brauche ich auch Menil... die bessere Spitz. Pick-Axt. Die bessere Spitz. Ich habe hier so einen kleinen Tunnel gefunden. Ich gehe ihn mal absuchen. Ganz vorsichtig. Alter. Der Kinsey geht ins Nether, ey. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Warte mal. Hover Mode Auswahl. C. Gut. Ein bisschen Energie sparen. Mach mal lieber mein Messer an. Okay. Da ist niemand. Abgefahrenes Kacka. Okay. Ich gehe wieder nach oben und grabe meinen Tunnel weiter. Ah. Was war das? Nichts. Hier ist nur Nether Rack. Nether Rack. Ah. Dieses Gefühl im Nähteil. Mhm. Ist toll, ne? Es zieht mir ein wenig alles zusammen so innen drin. Ja. Ziehen sich die Nüsse zusammen. So. Wo war denn der Gang? Der Gang ist? Nicht der Stuhlgang, nein. Egal. Oh, was ist das denn? Lead Orr. Nether Lead Orr. Oh. Meins. Zwei Redstone. Oh. Uns fehlt nur noch eins. Geil. Dann können wir da hinten umstellen auf Hyper Energy. Wow. Lead Orr. Wow. So. Ich hab noch zwei Stacks. Gott nein. Hab ich den Weg nicht wieder. Hintzy? Hä? Wir haben schon vier. Geil. Ich find den Weg nicht wieder. Hintzy? Ja wir haben vier, aber ich find den Weg nicht wieder. Hintzy? Weil da, das, da. Hast du hier keinen Wegpunkt gesetzt? Ähm. Da ist der Gang, alles gut. Ne, hab ich nicht. Hast du hier den Wegpunkt gesetzt? Nein, hab ich nicht. Aber ich grab mich ja, ich grab mich ja gerade durch. Guck, dass du nochmal rauskommst. Ja? Gibt's was interessantes zu sehen? Äh, nö, aber es wäre besser als im Nether zu sterben. Das auf jeden Fall, klar. Ja. Klingt nach dem Plan, ne? Da vorne sind rote Punkte auf der Karte. Also ich halt das für ein Gerücht, dass hier Dinger spawnen, wenn ich, ähm. Wie geil. Ne Netafeste. Echt? Wie geil, ja. Was? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Kann ich hier gar nicht mehr so ein... Da muss ich umbauen, okay. Sag mal, wir können doch jetzt... Da gibt's doch auch... Normalerweise gibt's da auch, ähm... Ich muss Licht machen. Es geht nicht ohne Licht. Ich muss zurück und Licht holen. Habe ich Licht im Bag? Fünfmal nur. Na gut, immerhin. Und irgendwas kriecht da auch rum. Und irgendwas kriecht da auch rum. Okay. Ich halte meinen Finger auf der 2, denn auf der 2 ist mein... Ich esse erst was. Ich mach mich ganz voll erst. Was? Was sind denn die kleinen roten Punkte? Das sind nicht die Fledermäuse, oder? Pfff. Hm. Die kleinen roten Punkte? Puh. Keine Ahnung. Ich weiß grad nicht genau, was du damit meinst. Ich geh erstmal Netherbrick scannen. Ja, kleine rote Punkte auf der Karte halt, ne? Jaja, aber... Keine Ahnung, was das sein soll. Hm, okay. Ich find's auch raus. Vielleicht scann ich es auch. Kleine rote Punkte. Och, Zombies. Geht mir nur auf die Nüsse. Wo sind wir denn hier? Wir können doch drüber reden. Ah, das sind Hellfische. Ja. Toll. Nein, nein, nein. Was tust du mit mir? Ah, ich hab's getötet. Oh, die droppen auch einfach mal Ender Lady Seeds. Was? Das ist ja cool. Ja. Activate Reactor. Der hat mir gar nicht weh getan. Ich hab den total schnell gekillt. Ja, das Problem ist einfach, dass häufig viele von denen kommen. Ja, ich... Ja, ich seh auch grad ganz viele auf der Karte vor mir. Ich hab noch eine Fackel. Ich kann mir noch ein wenig vorwagen. Wo kommst du denn jetzt her? Wo bist du? Ich? Nee. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Wie kann ich es töten, wenn ich es nicht sehe? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Und im Gang kann er ja nur vor mir sein. Wenn er jetzt unsichtbar ist oder so. Wie hat er das... Was ist das für ein... Ja, stimmt. Unsichtbar können die auch sein, ja. Oh, wie mies. Aber ich seh ihn hier auf der Karte, theoretisch. Was ist das? Ach so, ist nur ein Ghast. Sieht in diesem Texture Pack komisch aus. Oh, geh mir nur auf die Nüsse hier. Hier ist alles voll mit Zombies. Warum? Eine Zombieparade. Komm her, komm her. Oh, die Trauben. Total fehl Erfahrung, ey. Ich glaube, die sind über mir. Oder die sind unsichtbar. Nee. Och, Leute. Wo kommt denn hier her? Da ist ein Blaze. Ich kann nicht widerstehen, ne. Ich kann ja einfach... Nein, ich muss... Kinsey, sei vernünftig. Hol dir Licht. Wie geil, eine Netafeste. Wie geil. Das sollten wir unbedingt den anderen erzählen, damit wir bald mehr Leben haben als die. Haben wir ja sowieso. Ja, ein Boot habe ich übrigens auch gefunden, ne. Ein Boot? Ja. Und ich muss eine Markierung setzen. Geh nochmal schnell zurück. Das ist eine gute Idee. Jetzt ist ja schon wieder ein Zombie-Alister. Gibt es nicht. Waypoints? Ach, ich kann ja einfach... Ja, natürlich. Auf der neuen Plattform, die ich gebaut habe, das macht Sinn. Na ja, dann gehen wir mal schlafen. Net-Air-Feste. So, dann. Back to game. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Hallo, brennender Zombie. Ja. Ja. Es geht ein bisschen schneller, aber... Dieses Atomkraftwerk... Mhm. Kommt jetzt mit der Energie nicht mehr hinterher. Hahaha, scheiße. Äh, blöd. Nicht was soll's. Ähm. Da muss halt ein größeres her. Ja. So sieht's aus. Ach, endlich Ruhe. Endliche Ruhe. Raider Maus. Ich hasse sie. Ja, du sagst endlich Ruhe und bei mir geht die Musik aus. Hm. Ne, ich hab eigentlich die Zombies gemeint. Die ging mir nämlich so langsam, aber sicher schon so ein bisschen auf die Klötze. Ah. Ich komm wieder in unsere Welt. Okay. Hat er da einfach ne Netherfeste gefunden? Tja. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hab gedacht, ich find ein paar Erze oder so. Aber Redstone hast keines gefunden, ne? Leider nicht. Schade, schade. Craften wir mal ein paar Karotten-Säpfchen. Ähm, wenn ich aber jetzt ein Nether Gold Awe oder so hab, das muss in Pulverizer, ne? Ja. Genau. Okay. Was kommt hier hin? Und dann hab ich ja noch Nether Lead Awe. Gut. Ja, das ist halt wie das normale Ohr, nur es kommt halt viel mehr raus. Hm. Ist eigentlich ganz cool. Pulverizer, da ist er doch. Der siebt grad nur Couplestone. Und in der Kiste, ja gut, in der Kiste ist auch gar kein Sand. Oh, ist so. Ich stecke es an. Ja, genau. Hm, ist denn kein Pulverizer frei? Ich packe es mal hier rein. Oh, ich brauch noch Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Hä? Achso, ich hab keine Fackeln mehr. Was? Kommen wir noch Kroule? Gucken, da haben wir noch. Vier Gold Ohr kommen aus einem raus nur. Nee, 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 nee. Da kommen mehr, guck mal in das andere, in die andere Kiste. Da ist nichts drin. Warte mal. Ich hab jetzt insgesamt... Pulverizer hängen zwei Kisten. Oh. Ja, ich weiß. Unten und oben. Ja. Ah, warte mal. Ich hatte jetzt sechs Gold Ohr und 24 sind rausgekommen. Naja, vier. Ja, vier. Ist vielleicht bei Gold so. Gut. Das ist das Problem. Ja, ist alles gut. Jetzt brauche ich hier irgendwas umbauen. Hä? Mh, 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 mh. Ach da. Alter, wir haben einfach 900 Dirtblöcke. 900 wo? Im ME System. Wo kommt die denn alle her? Ja. Keine Ahnung. Habe ich die da reingemacht? Doch nicey. Ja, ist gut. Wo fangen wir an? Wo ist ungefähr die Mitte? Mitte, Mitte, Mitte ist ungefähr... Ach ja, die Enderlily. Ich pflanze mal die Enderlily. Das wäre jetzt quasi der Master Ripschmolzstone. Ja, dann will. Matube. Dann... Dann müsste da einer hin. Da... Da... Und da... Oder muss der einen höher? Ich glaube, der muss einer höher. Und da, da... Und da... Und da... Und da... Ach man, vergessen! Wo ist meine Axt? Axt, da, da... Wo ist meine Axt? Wie die Axt im Walde. Hast du meine Axt? Nein, ich habe gar nichts von dir im Moment. Wundert mich. Was war das? Mein neues Handy. Ich glaube es ist voll. Du bist voll. Oh, das leuchtet ja schön. Oh, dieses Leuchten. Mein Schatz. Ja. Du bist trotzdem mal gern, wo meine Axt ist. So, Lead und Gold ist in der Schmelze. Ein besseres Rest Lead packe ich hier mal rein. In die Übergangskiste nenne ich es mal. Ich habe etwas ganz besonderes für dich. Ja, bitteschön. Gifty, Gifty. Ich gucke gleich, ich habe gerade noch meine Axt. Meine Axt ist weg. Liegt vor dir. Danke. Extra für dich. Nur für dich. Ein Punkt. Hm. Meine Axt ist weg. Warum auch immer. Verschwinden Sachen hier? Haben wir einen Dieb? Sag ich mal hier, wo meine Axt jetzt ist. Weiß ich nicht. Oh, Nether Coal. Also der, der, der zahlt sich echt aus. Der Laser. Was zahlt sich aus? Der Laser. Ja, aber ich würde mir halt noch wünschen, dass da ein bisschen Redstone rauskommt. Hm. Ich gucke mal, ob welche im Barrel sind hier. Oh, 17 Redstone im Barrel. Ja, aber... Pack ich ins System. Vielleicht schaffe ich es mir noch, einen Ignis Extruder zu machen. Ne, packst du nicht. Die Folge ist eigentlich zu Ende. Mist. 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 Hm. So, ich mache jetzt gerade noch hier diese, dieses Grund, äh, Konstrukt. Das heißt, da muss da noch was hin. Eins, zwei. Da muss was hin. Da muss was hin. Da muss was hin. Da muss was hin. Okay, und dann... So, das hätten wir. Ach, wo ist meine Axt? Verdammter Hacker. Das habe ich... Verdammte Axt. Da ist der Machine Frame. Dankeschön. So. Igne. Da ist er. Ich brauche den Machine Frame. Ein Pneumatik-Servo. Tin. Ich hoffe, ich habe Tim im System. Vielleicht Struppi. Vielleicht ist Struppi auch dabei. Ja, ich habe Tin. Zack, zack, zwei Stück. Ähm. Glas. So. Pneumatik-Servo. Einer ist noch da. Sehr geil. Ja, den habe ich irgendwann mal gemacht. Und nicht gebraucht. Und nicht gebraucht. So. Ja, jetzt habe ich einen Igneos Extruder. Nice. Was? Hast du mich gehauen? Nein. Wer ballert denn da auf mich? Wahrscheinlich ein Skelett. Ist im Keller. Genau. Ja, ich weiß, warum die da spawnen. Ich habe... Ich muss die Steine da wieder wegnehmen. Na gut. Dann lasse ich jetzt... Stelle ich mich jetzt erstmal hier hinter. Mach die Up-Mod und lass den Clay Clay sein. Ähm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir im Netter und der Feste. Netter. Und mit Notoka bei... Was hast du nochmal gemacht? Also ich habe jetzt mal die grobe Struktur von dem Ritual of Binding hierhin gezaubert. Ah. Und das Ganze muss ich jetzt halt nur noch gegen Ritualstone austauschen und die entsprechend noch bepinseln und daraus Feuer, Erdwasser und Luft Ritualsteine machen. Ja gut. Nächstes Mal mache ich dann auch die automatisierte Obsidian Produktion und dann haben wir auch alles was wir brauchen. Vielleicht gehe ich nochmal im Netter... Ich habe voll Bock die Netterfeste abzusuchen, ne? Richtig Lust. Sollten wir vielleicht lieber zu zweit machen. Ja. Sollten wir auch. Wollen wir das demnächst mal machen, ne? Können wir. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen habe ich gesagt und schaltet doch morgen wieder ein, wenn es heißt Skysolated mit Kinsey und dem Nutoka aufs Brot. Reingehauen. That's me. Ciao.